Liebe Camperfreaks, so, wir verlassen jetzt unseren Campingplatz Jungfrau in Lauterbrunnen und jetzt sind wir auf dem Weg auf einen der schönsten Berge der Welt, wie wir finden, oder der schönste Berg der Welt. Freut euch drauf, da kommt noch einiges. Campingplatz Lauterbrunnen haben wir auch schon angetestet, also auf YouTube, da kommt noch was, die Tanja da jetzt gerade ein schönes Filmchen gemacht und ja, da kommt noch so einiges und bitte, bitte, bitte abonniert unseren YouTube-Kanal, ganz, ganz wichtig, die meisten, nicht von euch, aber alle, jetzt sage ich mal, viele schauen sich einfach nur unsere Videos an, das ist ja super, aber abonniert doch wieder unseren Kanal, dann landen wir auch weiter oben im Ranking, das heißt dann, uns können noch andere sehen und das wäre einfach klasse, wenn ihr so cool sein würdet und uns da einfach mal abonniert auf YouTube, ganz, ganz wichtig, danke.